Donkey Kong Country 1 Seagulls Und ich hab mich jetzt informiert Endlich mal Ja, jetzt war ich so geil drauf Musste ich gleich mal machen Hier Könnte sogar hier direkt in der Nähe sein Darkwoods gekillt Du Affenspack Äh, oh, verdammt Da sind wir in der Arsch, du hoch Wollte ich gar nicht Egal, Donkey hangelt sich so durch Durchs Leben Gib mir schnell, Didi, du Arsch Nein Nein Du Arschgesächt So, Didi, komm mal her Ich brauch dich vielleicht Eventuell, eventuell Gelegentlich Ähm, ist wieder so ein Runterfall-Dingen Was ja mal wieder richtig unfair ist Das Spiel hat da unfair sein Echt gut drauf Muss man einfach mal so sagen So, das brauch ich ja halt nicht Das brauch ich nicht Das brauch ich nicht Das brauch ich nicht Das ist so fett Du, 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 du Das ist so fett Und Knacks ein Fröschli Juhu So, wo war denn das jetzt hier? Ich hab das doch gesehen Ich habe doch gesehen Sehen Schwupp, Didi, Didi Dumm, hier ist das Knacks Voll fies Ey, wer soll denn sowas finden? Ein Bonusleben Im Memory-Style Hey, Didi, zeig nach oben Und es ist Ich würde sagen, wieder hier Ja man, get in it Geil Ich hab ein neues Live Videogames ruined my life Gott, thanks, I have two more Ja, das Spruch ist sowieso schon ziemlich alt So, da haben wir das geledigt Da könnten wir eigentlich Komm, wir springen jetzt einfach hier nur durch Einfach, weil ich es kann Wusch, an dem Song Geh mit Juhu, ein Stub, 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 stub Da ist meine Stunde wieder fast verreckt 50 Leben in der Live Und Sturzteil ist komplett, Freunde Das seh ich doch gerne So, da können wir mal zu Candygon gehen Und nochmal speichern Halt mal davon So, Candy speichern Bitte mal was für uns abspeichern, du Alte Boah, die Monster Ohren So, 70% haben wir Schön, dass ich oben gespeichert habe Waren es nur 69% So, jetzt hängt meine Frage Gibt es eigentlich auch bei Very Gnoddy Die scotten da auch Bonis Weil da ist ja kein Ausrufezeichen, theoretisch Oh mein Gott, das Ding nur ich Aufmerkont und sage Hallöchen, Funky Kong Oh yeah Give me the Bitman Oh yeah Oh die Mucke ist so geil Komm schon Heuer Sag doch Habe ich schon nicht gesagt So So, tiefster Kong Wo ist komplett Wo sehe ich denn das Äh Sehe ich gar nicht Na gut Gehen wir in die Affenmin Und gehen mal Ah, Winkies Trampefahrer ist komplett Lohrenquash auch Goldige Buckel ebenfalls Mal Ich war ja fleißig Leute So, jetzt muss ich nebenbei Allerdings gucken Weil ich habe jetzt hier hinten Eine Liste offen Ich hoffe wegen den Dingen Äh, äh Rotzt jetzt mein Internet Hier, meine Aufnahme Nicht rum Aber es sieht eigentlich gut aus Ich bin richtig surprised Bei meinem Äh, alten PC Mein neuer PC Ist ja noch nicht da Die lassen sich ja alle Zeit Oh nein Das war der Scheiß hier Oh nein Dreckmist Keine Musik Ich hier ein Secret verpasst Da Die stinken So Mal gucken wie genau Die Beschreibung ist Die sind doch Mit nach Schwierigkeitsgrad Sortiert Very good Äh Raum 1 Schwierigkeitsgrad 2 Einfach das Fass Nach dem Mitte Fass nehmen Und rechts die Mauer Rechts in die Mauer stellen Achtung Die Fässer sollten auf Stopp Geschaltet sein Das habe ich glaube ich Halt's Maul Donkey Mein Gott Nach dem DK Fass Nach der ersten Bonusrunde Rollt der Reifen zu Rollt den Reifen zurück Zu den drei senkrechten Stehenden Bananen Und hüpft ihn auf Über ein verstecktes Actionfass Achtung Auf die drei Club Traps Okay Gut Das ist so Easy done Ich glaube es ist auch nicht so gut Wenn ich es vorlese Aber ich tue es einfach Einfach weil Trollolol Ihr sollt ja wissen Was ich hier lese Außerdem soll ich ja Äh Also erst ab dem Mittelfass Geht das quasi los Weißt du wir können jetzt hier Eigentlich gekonnt durchrasen Und das Spiel sagen Trollololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Hat jetzt quasi nur... Ich kann auch mal ein Save-States machen. Ich habe gesagt, ich mache ein Save-States. Oh, eine Ohre. Thanks, Game. Hier ist das Mittelfass. Jetzt save ich endlich. Oh, nochmal, nochmal. So. Nach dem... Okay. Und rechts in die Mauer schleudern. Ha! Ja, das hatte ich. Das weiß ich. Das hatte ich. Mehr haben wir es gemacht. Hier fliege ich einmal rum. Obwohl ich kann es nicht, bin ich dumm. Obwohl gerade läuft es irgendwie ziemlich gut. Oh, ich habe es raus. Ich habe es raus mit den Fässern. Schon zu Ende, die Mucke, Mann. So, jetzt nochmal save. Nach dem Donkey fasst der ersten Bonusrunde. Der meint schon die Krokus hier. So, den nehmen. Achtung auf die drei Club-Tups. Ah, hier die Bananen, die hier gerade waren. Wo waren die, Hilfe? Oh, du Kackspast. Ha! Ich habe es gefunden. Dadel. Oh, wie fies. Flap und... Oh nein. Da war nur eine Bananenstaude. Ich hätte gerne rechts den Frankie-Frosch gehabt. Oh, ich habe es verkackt. Okay. Dann habe ich, würde ich sagen, wir haben alles. Ja, geil. Scheiße, was spielt. Die, 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 die. Puh. Nochmal saven. Wieder ein Prozent mehr. Heißt jetzt immer ein Secret mehr, ein Prozent mehr, oder was? Das wäre ja ganz schön. Logisch. Mann, da traut man das Spiel. Oh, Button. Button, Mühe, Stein. Und da scroll ich wieder ein Stück runter. So. Das war zu viel des Guten. So. Hier habe ich nichts alles komplett. Cranky score. Und hier ist es schon wieder der Boss. Dann haben wir World 2 auch fertig. Mal gucken, wie wir Bonis pro Level wir schaffen. Ich frage mich, wie lange das Let's Play denn jetzt dauert. Oh, geil. Ach, das war ja das hier. Genau. Weapon Step. So, hier oben war doch ein Boni gleich. Gleich nach dem Start müsst ihr links hinausspringen. Und dort, hier oben befindet sich ein sichtbares Actionfass. Ja, habe ich gemerkt, Kumpel. Das habe ich auch so gefunden. Yay, voll epic. Oh, nein. Im ersten Rahmen befindet sich ein Actionfass. Aha. Oh, voll geil. So, die Donkey-Only ging nach Hause. Hauen wir mal bitte mal so um hier. Na? Gefunden? Nö. Ah, jetzt bin ich wieder am Start. Okay. Nee, hier will ich ja nicht hin. Dadel da. Grünsen. So, im ersten Rahmen befindet sich ein Actionfass. Springt hinein. Es schleudert euch wieder hinaus. Aha. Eeeh. Das ist wieder so ein Kackvieg. Ich save natürlich wieder. Ach so, das sind ja die... Ah, ich seh's sogar da unten. Ah, ja, hier. Genau. Soll er ihn vorher rollen bis zum O. Bis zum O. Äh, vom O vorbei. Und wenn ihr beim Gnordi seid, rollt den Reifen nicht in die Mulde, dann springt da rüber in ein Actionfass. Okay. Okay. Ah. Okay. Ah, ich seh's. Ich seh's da oben. Knacks. Okay, ich hab's gefunden. Dadel da, didel du. Ich muss wieder, where? Anspringen. Oh yeah. Manchmal möchte ich sie auch anspringen dafür, dass sie Nintendo verlassen haben. Oder naja, sie wurden ja eher aufgekauft, also was soll's. So, was krieg ich dafür? Ein Delfin! Dam, 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 dadel, 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 da. Noch ein schöner Fisch für uns. Ein Schwertfisch. Ich weiß, es ist kein Delfin, aber ich sag trotzdem nur Delfin, weil es für mich ein Schwertdelfin ist. Haha. So, was hat der jetzt da. So, nehmt nach der Bonusrunde 2 das TNT-Fass und sprengt in der Mulde unter dem Rad... Unter dem Radrasen genautig und sprengt die rechte Seite auf, okay? Ah. Ich schnapp mir das Ding an einfach mal. Ah, okay, nochmal bitte. Wozu hat man so ein Save, wenn er nicht cool sein soll? Wepa, so rüber. Rüber, okay. Ah, okay. Okay. Ha! I get it! Tschüss, Mann! Geil! Oh, einen grünen Ballon! Das ist ja mal cool! Gib mir den grünen Ballon! Und! Ich glaube, wieder links. Meigen könnte man an der Sampstelle. Das ist ja mal voll AIM! Stoop! Twang, twang! Nein, zwei extra Lives! Die kann ich gut gebrauchen, weil... Also, ich fand... Ich fand King Kroko schon ziemlich schwer. Der sah nicht easy aus. So. Aber ich denke mal, der ist ja auch nicht umsonst der Endbar. So. Ich hab hier alles. Warum? Was? Was mach ich hier? Raus hier! Yay! Button Mühlstein! Ist er komplett! Ist er wirklich komplett! Ist so schön! So. So. Funkys Flügel. Du darfst mich mal waschen an. Funky, wohin fliegen? Ja! So, ich nehme das mal für das Lied hier, bevor ich wieder warten muss. Nö, hab ich keinen Bock. Nein! Halt! Ich bin ins Traubental. Ich bin ins Traubental. Wir gehen erstmal zu Candy, würde ich sagen. Oder wir gehen direkt zu ihm selbst. Können wir jetzt aussteigen? Tschüss, Mann! So geht's natürlich auch. So. Oh, was haben wir denn hier jetzt? Wipfelkommune. Geierfeier. Okay, gleich das erste Level erstmal voll verkackt. So, scrollen wir mal runter. Ja. So, bitte, dass ich's lesen kann. Das ist jetzt ganz knapp immer so unter meinem Oelator offen. Das ist ganz cool. So. Es gibt wieder drei Bonusräume und die Leichtigkeit steht überall easy da. Aber ich hab's wahrscheinlich einfach nicht gecheckt. Oder hab die Fässer dafür verloren. So. Ah, geil! Gangster-Mucke! So, beim ersten Necki, der Nüsse nach unten schleudert, befindet sich ein Sprungreifen. Rollt ihn nach rechts. Erstmal rollt ich ihn jetzt hier oben. Äh, rollt nach rechts zu den wagenrechten drei Bananen und springt nach oben in das versteckte Actionpass. Okay. Beim ersten Necki, der Nüsse spuckt. Ach nee, war das nicht grad schon der? Ach nee, nach unten schleudert. Ah, ich weiß welcher. Ja, die, die da so rumstehen und dann hier immer so eine Art Flügelumhang haben. Ja, genau der da. So, äh, warte ich, nein, ich springt nach oben. Ah, I see. Okay! So, äh, rollt ihn nach rechts hin. Aber hier ist doch was noch. Halt, Moment. Reifen, bleib mal kurz hier. Da ist noch was. Ein K. Yeah, das ist unbedingt was, was ich wollte. Zu den waagerechten drei Bananen. Und springt nach oben in das versteckte Actionpass. Boinga! Okay, gefunden. Oh, wieder so ein Kong-Ding hier. Was? Ich hab... Ich hab ein... Ich hab ein... Ich hab das Kong getroffen, wirklich. Wirklich verarsch mich nicht. Ich hab's komplett geschafft. Ja, geil, ein Strauß. Der gibt schöne Extra-Lives. Nach dem Action-Fass, mit dem ihr auf die zwei fliegende Nacki schlönert... Hä, was ist denn wo? Hä, Moment. Moment, Leute, das muss ich jetzt mal lesen. Nach dem Action-Fass, mit dem ihr euch auf die zwei fliegende Nackis schlönern müsst, landet ihr auf einem Mini-Nacki. Prallt von ihm ab nach rechts unten auf das Feld, wo ihr einen Fass herausbekommt. Wenn ihr fest genug aufschlägt, zertrümmert mit dem... Ah, wo ihr einen Fass bekommt, wenn ihr fest genug aufschlägt. Zertrümmert mit dem Fass die Wand links. Okay, machen wir save'n. Oh, wie scheiße, der hat grad voll übersehen. Du Arsch! Flap! Knacks! Äh, hier etwa? Meint ihr da gerade das hier? Moment, ich mach mal save'n hier. Flam the seven, put's on down. Scheiße, verkackt! Ich weiß nicht, ob das gemeint ist, aber es sind doch zwei fliegende Nackis, auf die ich springen muss und dann... Ne, auf denen lande ich doch niemals. Okay, ich geh' einfach weiter da 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 da. Ach, oh, ich hab's direkt mit der eigenen Wucht des Körpers aufgebasht. Wie krank war das grad? Cool. Äh, knacks und knacks. So, das sind wieder die Viecher hier. Die rasten noch wieder aus. Gebt mir aber ganz viele eure Bananen. Habt du drei Bananen gekriegt? Jetzt hab' ich... Ja, ganz kurz Zeit zum Gucken. Ba-ba-da-da-da-da. Ba-ba-da-ba. Gib mir Bananen! Es schnitt nenn es! Flap! Und knacks! Ein extra live! Geil, Mann! Ba-ba-ba-da-da-da-da. Schon wieder ein Bonus-Game! Gibt's ganz schön viele hier heute in dem Level... Äh, in dem Part vor allen Dingen. So, äh... So, gut, haben wir gemacht. Dann save ich mal hier. Knacks, knacks. Fwepp'n' Zap! So, knacks. Hier kommt's zu einer Stelle von... Mit einem Necki, der wieder Nüsse nach unten stellt. Killt ihn und springt nach unten auf das Feld. Und das kommt einfach daraus. Mit dem könnt ihr dann die Mauer unter dem Necki aufspringen. Unter dem? Okay. Ist egal. Machen wir. Einfach, was er sagt. Wird schon stimmen, Mann. Oh, yeah. So, ähm... Bitte? Ich will doch bloß mal ein Save-Point, Mann! Ich will doch bloß mal ein Save-Point. Ja, dat is so cool. Knacksen. Ich glaube, er hat meinen eigenen Save-Point theoretisch immer bei mir. Ah, der hier. Meinen die den hier? Aber da komme ich doch gar nicht hoch. Ich glaube, der meint das hier nicht. Hep. Knacks. Ja, ja. Okay, den meint er auch nicht. Die müssen Neckis die Dinger nach unten schmeißen. Das kann ja nicht sein, ne? Das kommt ja dann erst noch. Knacksen. Schwäppen. De Zäppen. De Fleppen. De Fleppen. De Fleppen. De Tweppen. Oh, scheiße. Didi, nein! Unser Kumpel ist tot. Ich speichere trotzdem mal. Äh, killt ihn einfach und springt nach unten auf das Feld und es kommt ein Fass heraus. Wie weit ist er denn noch? Ich hab doch keinen Plan. Oh nein. Oh, ich hab Didi. Mein Didi, mein Kumpel ist da. Jawohl. Mein Didi, mein Kumpel ist da. Ah, bestimmt hat er unten. Das. Achso, hier. Das hab ich schon. Dann hab ich alles in dem Level hier. Theoretisch. Jawohl. Nice. So, einmal wieder Buschel runterscrollen. So, aber warte mich schon ganz gut mal geguckt. Ich muss nicht nur runterscrollen, sondern auch mal runter trollen, weil ich weiß gar nicht, wie lang ist denn die Folge geworden, Freunde. Dafür muss ich jetzt mal ganz kurz mal hier ein bisschen mal Hintergrundarbeit machen. Aha, okay. Bis um fünf nach hab ich quasi. So. Sorry für die kleinen Unterbrechungen. Äh, so. Wie viel Kumis hab ich da nicht alles? Hier sind zwei leichte Bonis und nur zwei Räume. Ich weiß gar nicht, wie war denn für ein Level hier? Oh, oh nein! Gleich am Start seht ihr links oben ein Eckenfasch. Benutzt den Knorr, den der rechts kommt, um von ihm abzuprellen und einem Fass zugelangen. Was mach ich mit die, die kann höher springen? Du, 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 du. Okay, jetzt save ich. Ich save. Damit ich... Fwap. Okay. Warte, dass ich das nie gecheckt habe. Ist ja doof. So, äh. Ach, das ist wieder so ein Ding hier. Dat ist so ein Ding. Geh, Banane. Und da kommt ein K. Und nach dem K. Kommt doch das O. Wo? Haha. Gurb, also jetzt nicht im Alphabet. Ihr wisst doch schon, was ich meine. Ba-ba-da-da-da-da-da. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da. War doch easy peasy. Ein extra life. Thanks, dude. Ba-da-da-da-da-da. Schmeu-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. So, da war er easy. Ich glaube, da habe ich nur das gefällt mir. Äh, rechts unten. Mal gucken, war das alles hier? Jawohl, easy peasy. Grüner Taumel. So, da habe ich schon gesehen, da ist ein X-Raum. Der soll wohl ganz schwierig sein. Äh, okay. Hm, nach dem O kommt einer... Oh nein, ich weiß, warte mal, ich weiß, was grüner Taumel war. Boah, ich kam mich an das scheiß Level. Das war doch das, wo die kackten Viechern ausweichen mussten. Da war ich doch. Mit Kakao besoffen. Oh nein, nicht gut. Kein Wunder, dass ich hier nicht alles gefunden habe. Ich schiebe es jetzt einfach da auf. Tschüss, Mann. Ihr Knacks einfach in die Fresse gekriegt. So, ähm, nach dem... Oh, naja, okay, das ist ja noch ein bisschen... Ach komm, du bist wohl das K. Ich cool bin und es drauf habe. Oh, das Level war aber scheiße, das war echt schwierig. Das war nicht ohne. Oh, 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 ja. Und Knacks, ein Fass für den Didi. Geil, Mann, wär's nur ein Bierfass, dann könnte er sich besaufen. Nach dem O, nach dem O, nach dem O. Moment, ich muss nochmal lesen, Mensch, nicht so schnell. Oh nein, lass mich in Ruhe. So, nach dem O kommt eine Stelle der Monsieur. Oh, Moment, Leute, ich muss mal ganz kurz Cup machen, bis gleich. So, geht's schon weiter. Ähm, müsst ihr... Ähm, müsst ihr euch ganz unten an der Liane befinden, wenn ihr wegkriegt, kommen. Wäre ich dem ersten untersten Necki vorsichtig nach oben aus. Klettert sofort wieder ganz hinunter, bevor ich der zweite unterste Necki erwische. Klettert von der Liane herunter den Abgrund. Wenn ihr genau trefft, befindet sich dort kein Abgrund, sondern ein Action. Fass, wie fies ist das denn? Schon wieder so ein Trial-Error-Shit. Ich mag sowas nicht. Ist einfach nur fies, so. Das ist... Erstmal kommt das mit dem Beam. Erstmal... Kommen doch die Mücken... Ey, was? Halt, das wollte ich gar nicht. Troll, oh lol. Game, hör auf damit. Just don't worry me. Don't worry, please. Das mag ich überhaupt nicht. Der will mich doch nur trollen, dieser böse, böse Arsch. Oh nein. Wappen, self, ein Savepoint. So, hier. Jetzt kommt das, glaube ich. Hier, ich speichere hier schön wieder. So, jetzt kommt erstmal das hier. So, hä? Ich glaube, ich weiß ja, welche Stelle der meint. Die kommt gleich. Ja, die kommt jetzt gleich. Ich save nochmal die ganze Zeit hier schon. Einfach nur, weil ich ein Noob bin. Ich darf das. Noobs haben mit dir... Haben die ja eine Lizenz zum Cheaten quasi. So. So, jetzt kommt er doch gleich hin. Oh, hier kommt er, glaube ich. So. Also. Äh, nee, noch nicht. Jetzt ist doch schon mal gerade das N. Hä? Habe ich das verpasst gerade irgendwie? Bin gerade so ein bisschen derpidi-derp gerade hier. Derpidi-derp. Wo sind die Neckis, Mann? Wo sind sie denn hin? Ich weiß. Sie sind doch hier, Mann. Wo sind sie doch hier hin? Oh, Mann. Ah, da kommen sie. So, jetzt muss ich ganz nach unten. So, jetzt, jetzt. Und jetzt muss ich nach unten. Ich hab's gesehen. Ich hab's ganz knapp gesehen, das Fass. Da ist aber doch... Aber das ist doch nicht nach dem O. Das ist doch nach dem N-Fass quasi. So, jetzt muss ich hier wieder so ein Memory-Ding machen. Und da ist bei... Ey, schon wieder? Was haben die denn immer mit der zweiten von links? Ist das eine politische Richtung? Die zweite von links. Dödel, dödel, dumm, didu. Da sind die Japaner auch eigentlich antikommunistisch. Und das ist egal. Na, ich sag, oh, ein Fass bekommen. Nach dem ersten Wurrm-Wurrm-Wurrm-Wurrm bekommt ein Fass. Ja, das hab ich grad bemerkt. Zerstört zunächst die zwei Kriter. Nehmt ein Fass. Eine Stufe mit hinauf. Stellt es wieder ab. Zerstört wieder die Kriter. Nehmt das Fass wieder. So lange, bis ihr mit dem Fass vom Ziel seid. Hab ich das... Ah, nein, ich hab's losgelassen. Mich töte. Ich bin so doof. Okay. Dann muss ich halt den Replay-Button machen. Geht nie anders. Sonst müsste ich jetzt wieder hier... Wieder Rückmärz machen, das wär irgendwie doof. Dann spiel ich alles doppelt, man. Dadel, 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 dadel. Oh, wie lange hab ich denn hier speichert? Ich bin doch ein Döööööööööö. Wie gesagt, ich mach jetzt die Sequels auch nur, um sie euch zu zeigen. Dass ich das Safestales benutze jetzt einfach nur, weil... Würde einfach nur Zeit fressen. Oh, fuck. Äh, hab ich das gerade wohl nicht gesagt? Äh. Oh, oh. Halt. Ich weiß, es kommt gleich. Da ist es. Okay. Gibt ihr das? So, ja, ja. Wir wissen noch, wo es kommt. Äh, Didi. Äh, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, der Verwildmengeschmell. Ja, Donkey ist aber scheiße. Hör geraten. Ja, du Affe. Schon wieder die Bonus-Game, Mucke. Ich muss das doch echt mal in den Part bennen, sonst mache ich alle Ponys in einem Level, in einem Part. Das wäre irgendwie doof. Das ist die Bonus-Main. Ja, los, Leute. Ich bleib jetzt einfach mal hier stehen. Bleib bei meinem Fass. Ich bin jetzt hier der Barrel-Bodyguard quasi. Bis zu sehen uns wieder in der nächsten Folge, Leute, von Donkey Kong Country 1. Bei der Bonus-Sammel-Action, bevor jetzt hier der richtige Boss-Check-Up-Row losgeht. Und ja, ich danke euch wieder mal vielmals fürs Zusehen. Und ja, mit Rätseln und so. Danke an die, die alle Tipps geschrieben haben für die Bonus. Ich habe noch mal eins, das soll echt fies sein. Da muss man halt irgendwie in einem Bonus-Game ein Bonus-Game finden. Habe ich noch irgendwo gelesen. Habe ich nur so halbwegs im Ohr irgendwie. Na gut, Leute, das machen wir halt in der nächsten Folge oder den nächsten Folgen. Mal gucken, wie lange es noch dauert. Und bis dann wieder mal unser übriges Modell. Macht's gut, haut da rein. Tschüss, Sikowski und ciao. Tschüss, Sikowski und ciao.